Normalerweise erfolgt ja tiefer, aber nachdem alle Zuschauer etwas sehen sollen, sind sie etwas höher in der Luft, aber das Bild, das sie gleich in den Himmel zeichnen, ist sicher ein beeindruckendes. Und wenn Sie eine Hand frei haben, winken Sie jetzt in den Himmel, die Piloten sehen das, bitte geben Sie ihnen ein Zeichen im Abflug, sehen die Piloten das gerne, dass sie auch beachtet werden und dieser weiß-grüne Wasserschleier, der ist eine Reminiszenz an das Land Steiermark. Danke für die Gastfreundschaft, weiß-grün ist heute.